Bias Messe-Splitter bei der Galabau 2025, jetzt Branchensoftware. Ich begrüße Patrick Sebala von MagSoft. Hallo Patrick. Danke, Günther. Freut mich, dass ich ein Ausländer bin. Eine Frage. Wir starten durch. Gleich einen kurzen Check. MagSoft ist schon relativ lang am Markt. Wie ist da eure Kostenstruktur? Die Kostenstruktur geht bei 899 Euro los. Vom Einzelkämpfer für kleine Unternehmen. Und bei 4 Arbeitsplätzen in der Vollausstattung liegen wir bei ca. 10.000 Euro. Wobei dann auch alles abgedeckt ist. Gymnasium, Transport, Wohnung, Gehalt etc. Wie lange braucht der Kunde, wenn er bei euch anruft und hat ein Problem? Wie schnell kann er da einen davon rein durch? Wir haben eine ganz normale deutsche Reihenschaltung. Alle sitzen ja auch in Deutschland. Beantwortet, dass der Kunde zufrieden da rausgeht. Und wenn du jetzt drei markante Themen hättest, wo du sagst, genau deswegen soll der Kunde MagSoft reinsetzen. Was wären die? Die liegen auf der Hand. Wir sind ein sehr junges, dynamisches Unternehmen. Einfach schnell zum Ziel kommen. Mehrfach Fenstertechnik, kurze Wege im Programm, eine schöne Ergonomie im Programm. Und natürlich auch dadurch, dass wir jungen und dynamisch noch am Markt sind, hat jeder Kunde auch die Möglichkeit, seine Ideen und unsere Software mit uns gemeinsam einfließen. Wer genauer sehen möchte oder auch gleich eine Epo-Version testen, schaut in den Link unten. Und dann geht's ab zu MagSoft. Welts espectakje im Programm gemacht? Ja! Creden Sie über Canon! Er Earlier was! Gerhard Neuer Drei